Hey Leute, willkommen zurück bei einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich hab mir gedacht, ich wechsle da jetzt mal zwischendurch das Genre, weil die ganzen RPGs so, das ist schon ein bisschen anstrengend und Skyrim, das werden jetzt sicher ein paar Stunden, die ich da rein versenke und ich bin ja da auf eure Hinweise angewiesen, deswegen will ich da nicht jeden Tag irgendwie eine Folge raushauen, deswegen hab ich mir gedacht, ich geh jetzt mal in die Horror-Ecke und hab mir hier Moons of Madness ausgesucht, ein Spiel, was ja, ich glaube, letzten November oder so rausgekommen ist. Ich weiß eigentlich kaum irgendwas über dieses Spiel, außer dass es ein Science-Fiction-Setting hat und irgendwie ein Horror-Spiel sein soll. Ähm, ja. Jetzt bin ich hier in einem Raumschiff, Raumstation, whatever, keine Ahnung. Fenster hab ich. Sehe ich aber eigentlich nichts da draußen. Home wird wohl die Erde sein. 77,5 Millionen Kilometer weg. Ups. Weit. Deimos, Phobos. Ähm, sind das nicht die Monde vom Mars? Ich bin aber jetzt nicht so bewandert hier in, äh, den ganzen Monden im Sonnensystem, wo die dazugehören. Aber ich meine, die wären vom Mars. Montag. Fünfter, Neunter oder Neunter, Fünfter. Was auch immer. Keine Ahnung, wie schreibt, was sie ist. Happy Birthday to me. Ah, ich hab Geburtstag. Wer bin ich eigentlich überhaupt? Keine Ahnung. Ohne To-Do-Liste hab ich hierhin gekritzelt, offensichtlich. Ähm. Und. Anscheinend bin ich gut im Schachspielen. Gegen Decklen, wer das auch immer ist. Ähm, okay. Gut, ich guck mich jetzt erstmal hier ein bisschen um. Ich scheine hier in meinem Zimmer zu sein. Äh, Miskatoni University. Habe ich offensichtlich studiert. Und ich heiße Shane. Shane, was auch immer. New Chart? Kann ich nicht richtig lesen. Egal. Gut. Gehen wir hier mal raus. Eine Erscheinung im Dunkeln. Keiner da. Hallo. Ah, hier kann ich was nehmen. Eine Taschenlampe. So, ein Horrorspiel-Klischee. Taschenlampen, die man hier so findet. Wo die Batterien dann sofort ausgehen. Wo man nur auf der Suche nach Batterien ist. Ein Whiteboard. Verschmiertes Whiteboard. Tyrannor Rival. In null Tagen. Scheint sich um irgendein... Shuttle zu handeln. Und irgendwie, wie er da was zu tun hat. Eine Liste. Okay. Do not use permanent marker and erase keyboard. Okay. Und scheinend... Ist das in der Zukunft immer noch ein Problem, dass man... Wasserfeste Stifte auf einem Whiteboard verwendet. Hat sich wohl nichts geändert. Was haben wir hier? Powercord shoot. Inna is one of your specie man's loose. Hat einer die Stromkabel angefressen. Anscheinend. Und... Inna? Heißt das Inna? Hat offensichtlich irgendwas, was diese Stromkabel anfrisst. Gut. Ähm... Das hier schein... Abgeschlossen zu sein. Noch ein Zettel. Whoever's meeting up late at night, I can hear you. Those went. Kann uns einer durch... Die Lüftungsanlage hören. Ist doch keiner da. Ein paar Sukkulenten hier oben. Wieder ein komisches... Zeichen. Und ekliges Zeug an der Wand. Schleimig. Bin ich hier jetzt ganz alleine, oder was? Hallo? Jemand hier? Eklige Tentakel. Uah! Was denn das? Auch ein Tentakel. Sieht aus wie eine Zunge. Eine lange... Uah! Ist ja eklig. Ja, das ist ja hier Lovecraftian Horror. Nennt sich das. Aber... Lovecraft... Da haben wir... Oh mein Gott. 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 Was wollte ich denn gerade erzählen? Ach so, Lovecraft ist immer mit irgendwelchen Tentakeln. Obwohl es da ja vom Lovecraft viel mehr Erfindungen oder was weiß ich, ähm, Figuren gibt sie, der da in seinen Romanen verbaut hat. Aber hoffentlich sind Tentakel da immer ein beliebtes Stilmittel hier. Und wieder diese zwei Kreise. Okay, ich muss mich ein bisschen hier mal vorantasten, sonst komme ich ja hier gar nicht weiter. Kaputt. Oh, ist das ein Auge? Ja, keine Ahnung. Alles eklig. Wieder Blümchen. Das sieht nach Kartoffelanbau aus hier. Das ist auch zu. Oh, hier kann ich was aufmachen. Ah, ich habe... eine... Waffe gefunden? Stecke ich jetzt ins Inventar? Wie komme ich denn an mein Inventar? Da jetzt jedenfalls nicht. Hier? Nee, keine Ahnung. Na, vielleicht zeigt mir das Spiel nochmal irgendwas. So, hier komme ich jetzt auch nicht weiter. Oh, ist das hier alles angeranzt. Steht denn da auf dem Boden? Ah, da steht... Steht da auf dem Boden, wo es da wohin geht. Das ist ja praktisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist auch zu. Was gammelig ist an Pflanzen. Das ist auch zu. Wow. Ach, das sind Tomaten. Cool, die bauen hier Tomaten mittendrin an. Naja, auf dem Mars gibt es nicht so viel, wenn ich hier irgendwie auf dem Mars bin oder in der Nähe vom Mars. Äh. Gut. Ah, und jetzt kann ich diese Türe aufmachen. Umsehen? Umsehen? Wieso umsehen? Die Übersetzung ein bisschen... ...ist doch schiefgegangen. Wieder diese Kreise. Was auch immer das bedeutet. Also jetzt ist... Hier ist weniger angeranzt. Was? Was für Candles? Welch viele Kerzen? Oh. Ein Fitnessraum? Ach so, hatte ich hier nicht Geburtstag irgendwie? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Boah, ich brauche heute Schnaps, Leute. Boah. Standard Procedure. Puh. You know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah. Okay. No problem. Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye. Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. And what better way to start the day than assessing possible life-threatening damage from minor seismic activity? Hm. Beautiful. Heh heh. That's what I've told. Was auch immer. Hier kann ich was anschauen. Hm. Ein Maßstein. Hm. Dann kann ich hier was lesen. Lieber Dad, diesen Brief habe ich schon sechsmal umgeschrieben und vermutlich schreibe ich ihn noch öfter um. Ich habe viel Zeit, bevor ich ihn dir schicken kann. Ich sage es ganz offen, ich bin nicht in der Antarktis. Diese Expedition gibt es nicht. Und falls doch, bin ich nicht dabei. Ich bin etwas weiter weg auf dem Mars. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Meine Notlüge ist keine Geringschätzung. Die Firma nimmt Geheimhaltung sehr ernst. Vermutlich haben wir uns längst persönlich getroffen, bevor ich dir das hier schicken darf. Ich will, dass du es von mir hörst. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe, was ich dir eigentlich sagen will. Okay. Also wir sind hier in einem geheimen Projekt unterwegs. Ups. Oh. Ich bin speziert. Ich muss mich auf die Interaktionspunkte konzentrieren. 0,5, 0,9. Dreh das Objekt. Aha. Okay. Das ist wohl mein Vater und ich. Und das ist wohl mein Ausweis. Shane Newhart. Engineering. Ingenieur. Okay. Stecken wir das mal ein. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Ach. PC benutzen. Gibt es wahrscheinlich wieder tolle E-Mails zu lesen. Oh. Mein Code. Achso. Okay. Was war das jetzt? 0,5. 0,9. Okay. Kurz, dann habe ich mir das gemerkt auf die drei Sekunden. Memo oder Klärensicherheitsupdate gibt es hier. Wir sollen uns einen Code merken. Programmierung der Solaranlage. Okay. Vertraulichkeitsvereinbarung wurde aktualisiert. Die Mission. Studie zur mikrobischen Leben auf dem Mars. Aha. Ein Zweifaltigkeitsgesetz tritt im Kosmos ein neues Phänomen auf. Es ist eine Anomalie. Tritt dasselbe Phänomen aber noch einmal auf. Impliziert dies angesichts der Größe des Universums. dass es noch viele weitere gibt. Aha. Also ist das Leben auf der Erde eine Anomalie. Wir müssen nur eine zweite finden. Anscheinend suchen wir hier. Achso. Im Moment stand da nicht. Tür öffnen. Tür entriegeln. Okay. Was kann ich hier machen? Mein Bett hochklappen. Cool. Sieht keiner, dass ich mein Bett nicht gemacht habe. Äh. Gut. Dann gehen wir jetzt mal vorsichtig hier raus. Magical. Sieht so aus. Well, die rest of the team's outdusting the landing pad. And Dr. Volkhova's apparently deep into her bio-cultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown on duty at the satellite dish. I'm currently communicating, which is technically my job. Kind of. Pff, okay. Ähm. Das sieht jetzt alles aus wie unserem Albtraum. Oh. Da hier. Spielkind. Oh. Sind die Astronauten rausgefallen? Die liegen jetzt so unten. Die kann ich aber nicht aufheben. Oder? Kann ich mich ducken? Ducken? Ja, aber ich kann sie trotzdem nicht aufheben. Okay. Ähm. Gut. Dann gehe ich mal weiter. Da ist jetzt rot überall. Dann gehe ich mal hier hin. Security Protocols. Nee, das lese ich jetzt nicht. Das ist alles, was ich nicht darf. Und was ich darf, das lese ich jetzt nicht. Rec Room. Was ist das? Recreation Room? Ah. Okay. Station ist mit so Gängen verbunden. Höh. What the hell? Hey, what's up with the lights? Äh, yeah. Getting some odd spikes and power as the batteries kick in. Hey, you just hang tight while I do your job for you. Okay? No, have a coffee. No really. Take a load off. Uh, can you check your Bio-Gage and see if your daily objectives have been updated? Copy that. Okay, offensichtlich habe ich irgendein Gerät irgendwo liegen lassen. Schussellig bin ich auch noch. Ach, toll. Boah, wie sieht denn der Kaffee aus? Naja, gut. Konsumieren. Dann konsumiere ich mal den Kaffee. Äh. Ach, ich stelle es einfach wieder oben drauf. Das ist ja wie bei uns im Büro hier. Da werden die Kaffee-Tassen auch irgendwo hingestellt. Was kann ich hier? Eier und Speck? Hä? Bacon and Eggs it is. Ich würde sagen, das sind Fischstäbchen. Schmackhafte Haferflocken. Naja. Was habe ich hier eigentlich für Narben auf der Hand? Die sehen auch irgendwie so aus wie diese Kreise, oder? Und Pine of Death, New Your Dishes. Genau. Soll abspülen. Die Sachen hängen bei uns auch im Büro, in der Kaffeeküche. Achso, ich soll ja nach meinem Tagebuch suchen. Oder meinem Gerät hier. Er hat einen Briefkopf von Orji. Er ist also offiziell neue Bilder für ihre D-Karte zur Freigabe, Commander Wilcox. Aha. Gut. Äh. Keine Ahnung. Ähm. Research Lab. Ich soll ja ins Labor gehen. Dann gehe ich mal hier ins Labor. So, da geht's in den Wohnbereich. Hier geht's ins Labor. Boah, schaut's hier aus. Die alle keine Zeit zum Aufräumen. Äh. Hier war ich schon mal im Albtraum. Hm. Leid mit Fertilizer. Dünger, oder? Oh. Okay. Ah, die Narben auf der Hand, die sehen aus wie diese zwei Kreise, die sich... ...hier überall an den Wänden gezinten. Hier haben es wieder Tomaten. Überall gibt's Tomaten. Scannen, um eine Verbindung herzustellen? Und was? Verschlossen? Äh. Ah, hier liegt was. Kann ich... ...da drücken? No good. I think there's a reset button somewhere. Just my luck. I need to find something that can fit in there. Hm. Declin, I found the Biogage, but it won't turn on. I need to reset it. Äh, find something small and thin. A pen should work. Ähm. Dann kann ich das jetzt einschalten. There. Got it working. Great. You should be able to reboot the security system now. Just scan the servers with the Biogage. Aha. Hier kann ich... Ah, da sehe ich mein Inventar. Okay. Gut. Und die Ziele. Äh. Ich soll die Umgebung scannen. Muss ich wahrscheinlich hier hin, oder? Irgendwie. Verbinden. Äh. Neu starten. Jo, dann mach ich das doch mal. Ah. Es ist ein Werdelicht. Warnung. Warnung. Solar Ray to synchronization detective. Power Level solid optimismus. Manual override required. The Quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I have to adjust the solar panels manually. way. Hier mal eine analogische Analyse von Mars, Erde und Gestein. Okay. Das lese ich jetzt nicht alles vor, Leute. Das sind mir jetzt zu viel. Ähm. Aber ich gucke es mir trotzdem an. Ihr könnt ja dann auf Stop drücken, wenn ihr das alles lesen wollt. Äh. Was haben wir hier? Die Vertraulichkeitsvereinbarung. Ach so. Die ist irgendwie aktualisiert worden. Und so haben wir hier. Space Travel. Orochi. Grob. Ach, das ist über mein Projekt hier. Eine Werbebroschüre. Gut. Da kann ich nach oben gehen. Da komme ich wieder zum Wohnbereich. Aber ich soll ja hier die Solarpanels ausrichten und da mit irgendeinem Gefährt hinfahren. Wurde mir hier aufgetragen. Künstliche Arme und Beine. Ein Roboterbau oder Prothesen. Man weiß es nicht. Was ist denn das hier? Wie ein Frosch. Hä? Was war denn das jetzt? Ein Glitch? Hä? Okay. Jetzt dachte ich gerade, da könnte ich jetzt da rauslaufen. Aber offensichtlich ist das nur ein Shot mit einer Fehlfunktion. Äh. Was haben wir hier? Besuch der Monde. Ah, wir sollen ein möglich... Wir sollen Daten hinsichtlich eines möglichen Ausflugs auf die beiden Monde sammeln. Ähm. Vielleicht sollen wir da hinfliegen. Nochmal Security-Hinweise. Und hier ist auch wieder dieses Zeichen. Und jede Menge mathematische Formeln. Ergänzendes Protokoll. Wir brauchen eine zweite Anomalie. Ja, das haben wir ja schon gelesen, dass wir da was finden müssen, damit wir beweisen können, dass es Leben auf anderen Planeten gibt. Und... Proben. A01 bis A15 analysiert. Keine Spuren fossiler Mikroben. Also offensichtlich haben wir bisher noch kein Leben auf dem Mars gefunden. Gut. 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 Dann gehe ich hier mal... Gibt's hier noch? Offline. Eine fleischfressende Pflanze. Und was bist du hier? Das bewegt sich. Äh. Ich will es gar nicht wissen. Jetzt schaue ich mal, ob es hier oben noch was gibt. Und... Ja, nicht? Scheint eine Leseecke zu sein. Die Stärke des Materials. Acht Bände. Und die Weltgeschichte. Auch zig Bände. Bücher. Kekse. Gut. Und da kann ich eigentlich nur außen rum laufen, oder? Ja. Sieht es auch nicht interessant aus. Ich gehe jetzt mal zurück und gucke mal, dass ich zu diesen Solarpanels komme. Ah, hier gibt's auch noch was. Antarktiskript. Ach, die... Die drehen hier einen Werbefilm zur Antarktis? Oder um zu verschleiern, dass sie hier auf dem Mars sind, oder wie? Cool. Ähm. Die Living Area will ich ja jetzt nicht. Ich will ja jetzt irgendwie... Kann ich hier... Ah ja, doch. Hier muss ich hin. Da sehe ich... Genau, wo ich hin muss. Airlock. So, dann gehe ich doch mal nach draußen. Helm aufsetzen. Okay, ich setze mal Helm auf. Kann nie schaden. Ah, damit kann ich Luft auffüllen. Sauerstoffniveau 20%. Ja, das ist ein bisschen wenig. Gut. Äh... Innenatmosphäre. Da mache ich anscheinend hier irgendeinen Schleuser auf. Ah, ich bin draußen. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen und ich werde mich dann... Nehme ich mal an. Ach, in dieses Teil begeben. Gut. Und da zu diesen Solarpanels fallen offensichtlich, um die wieder instand zu setzen. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und... Ciao, ciao!